Hallo und herzlich willkommen zu Übungsblatt 1 und zum Thema Verzweigungen. Verzweigungen sehen wir zum Beispiel hier in einer ersten Vorübung und in einer zweiten Vorübung und in dieser Vorübung in Gesamtschau, wo Sie alle möglichen verschiedenen Themen zu diesem Übungsblatt nochmal sehen. Auch in der Klausur kommen Verzweigungen vor, zum Beispiel hier in der Frühjahrsklausur 2020 in dieser Teilaufgabe, in diesen Teilaufgaben oder auch in dieser Teilaufgabe. So, bevor wir jetzt zu Verzweigungen wirklich kommen, machen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen uns Programme ohne Kontrollstrukturen an. Verzweigungen sind ein zweites Beispiel von Kontrollstrukturen. Ein erstes Beispiel haben wir in Form von Wildschleife und Do Wildschleife gesehen. Hier nochmal ein kleines Beispiel für ein Programm ohne, für ein Quelltext ohne Kontrollstrukturen. Einfach eine lineare Abfolge von Anweisungen. Und wir wissen schon, wenn dieses Programm, dieser Quelltext kompiliert wird in ausführbaren Java-Bytecode und daraufhin dann ein Prozess eingerichtet wird, das heißt also das Programm aufgerufen wird und abläuft, dann bedeutet das ganz konkret, der Prozess wird jede einzelne dieser Anweisungen in der Reihenfolge, wie wir sie im Quelltext hingeschrieben haben, abarbeiten. Und wenn die letzte Anweisung abgearbeitet ist, ist das Gesamtprogramm beendet. Jetzt kommen wir zu Verzweigungen. Hier in diesem Beispiel links sehen Sie zunächst mal noch als äußere Kontrollstruktur eine Schleife. Aber was uns eigentlich hier interessiert, sind dieses If, dieses Break und dieses Continue. Ganz kurz vielleicht schon mal vorne weg. Mit If darauf folgt eine Verzweigungsbedingung, wieder eine Bullshit-Bedingung. Wenn die True ist, wird das ausgeführt, was unmittelbar danach hier in so einem Rumpf folgt. Ansonsten wird hier gar nichts ausgeführt, sondern es geht gleich weiter mit der nächsten Anweisung danach. Break beendet die ganze Schleife. Das heißt, wenn irgendwo eine Break-Anweisung ausgeführt wird innerhalb einer Schleife, dann wird unmittelbar wieder hinter die Schleife zur nächsten, unmittelbar darauf folgenden Anweisung gesprungen. Continue beendet nicht die Schleife, dann wäre ja sonst das Wort Continue sehr schlecht gewählt, sondern Continue beendet diesen einen Durchlauf der Schleife, überspringt also alles, was danach noch kommt, und setzt dann fort, daher Continue, mit dem Abtesten der Fortsetzungsbedingung in dieser Schleife wieder. Also setzt dann fort, sozusagen mit dem nächsten Durchlauf der Schleife, solange die Fortsetzungsbedingung True ist. Gucken wir uns zuerst das If an. Hier das Flussdiagramm der If-Verzweigung, so wie wir sie eben in dem Beispiel gesehen haben. Wir werden gleich noch ein etwas erweitertes Beispiel mit else sehen, aber erst einmal in dieser einfachen Form wieder eine unmittelbar vorhergehende Anweisung und eine unmittelbar folgende Anweisung als Kontext, um das besser zu verstehen. Also der Prozess bearbeitet die unmittelbar vorhergehende Anweisung, kommt in die Verzweigungsbedingung hinein. Das, was hinter dem If in runden Klammern steht, diese Bull'sche Bedingung. Und wenn die True ist, dann wird das, was hinter dem If und der Verzweigungsbedingung dann kommt, ausgeführt und danach geht es dann hinter der If-Verzweigung weiter. Wenn die Verzweigungsbedingung hingegen false ist, dann wird das hier übersprungen, der If-Teil, und es geht gleich mit der Anweisung hinter der If-Verzweigung weiter. Und wie wir das auch bisher bei Schleifen gesehen haben, auch dieses ganze Konstrukt können wir wieder auffassen als eine einzelne komplexer strukturierte Anweisung in der linearen Abfolge der Anweisungen, die im Prozess so durchlaufen werden. Da schauen wir uns nochmal jetzt an einem realeren, an einem sinnvolleren Beispiel an Schachbrett zeichnen. Wir wollen mit einem Roboter, mit einem einzigen Roboter ein solches Schachbrett zeichnen. Und hier unten rechts sehen Sie den Algorithmus, den wir dafür implementieren. Das heißt also, der Roboter fängt ganz unten an, geht erst nach rechts, auf der nächsten Zeile nach links, auf der nächsten Zeile wieder nach rechts und so weiter und so fort. Interessiert uns alles nicht wirklich. Das einzige, was uns interessiert hier, ist das, was Sie auch hier auf dieser Folie sehen, nämlich die Entscheidung, wenn der Roboter auf einem Feld steht, innerhalb von diesem Schachbrett, ob er da jetzt eine Münze ablegen soll oder nicht. Also ob er Putcoin aufrufen soll oder ob er diese Anweisung überspringen soll. Und hier sehen Sie die Realisierung, die wir hier gewählt haben und die zu diesem Bild dann auch diesem Muster von Münzen führt. Es reicht sich anzuschauen, auf welcher x-Koordinate und auf welcher y-Koordinate der Roboter steht. Das heißt also, welche Zeilenzahl, welche Spaltenzahl der Roboter momentan hat. Und denn wenn der Roboter eins nach rechts oder eins nach links geht oder eins nach oben oder eins nach unten, gut nach unten geht er nicht, aber eins nach oben, dann ändert sich immer sofort die Parität dieser Summe aus x- und y-Wert. Die Parität ist einfach Oberbegriff, ob die Summe gerade oder ungerade ist. Das heißt Parität gerade oder Parität ungerade. Das heißt also, wir brauchen einfach nur abzuprüfen, ob die Summe aus x- und y-Koordinate gerade oder ungerade ist. Und wir müssen uns nur entscheiden, in einem dieser beiden Fälle legen wir eine Münze ab, in dem anderen tun wir gar nichts. Wir haben uns hier dafür entschieden und dadurch dieses Bild herausbekommen, dass wir abgetestet haben. Wir legen eine Münze ab genau dann, wenn die Parität gerade ist. Das ist damit ein Beispiel für ein if in dieser einfachen Form, wo wir in dem einen Fall, wenn die Verzweigungsbedingung true ist, tatsächlich etwas tun und im anderen Fall überspringen wir das. Ich hatte schon angekündigt, es gibt eine etwas erweiterte Form mit einem if und einem else. Und wie das Wort else schon suggeriert, läuft das darauf hinaus, falls die Verzweigungsbedingung true ist, wird das zwischen dem if und dem else ausgeführt. Falls die Verzweigungsbedingung hingegen false ist, wird das nach dem else vor dem Ende der gesamten Verzweigung ausgeführt. Und so sieht das dann wieder im Flussdiagramm aus. Jetzt eine Erweiterung des Flussdiagramms, das wir eben nur für die if-Verzweigung ohne else hatten. Und zwar, der Prozess kommt also wieder durch die unmittelbar vorhergehende Anweisung zur Verzweigungsbedingung. Und falls die Verzweigungsbedingung true ist, passiert wieder das, was wir vorher schon gesehen haben, ohne else-Teil, dass die Anweisungen im if-Teil abgearbeitet werden. Und da kommt ja noch der else-Teil, aber der wird dann übersprungen. Es geht dann weiter mit der nachfolgenden Anweisung nach dieser if-else-Verzweigung. Wenn hingegen die Verzweigungsbedingung false ist, dann wird der if-Teil übersprungen und es geht gleich in den else-Teil und danach dann weiter außerhalb der if-else-Verzweigung. Auch hier wieder, wie immer, wie bei allen Kontrollstrukturen, können wir das Gesamtkonstrukt mit if und else auch als eine einzige komplexe strukturierte Anweisung in der linearen Abfolge aller Anweisungen verstehen. So, damit haben wir erst einmal einiges zu if und else gesagt. Da kommen wir nochmal wieder später zurück. Aber erst einmal noch die Sachen, die wir ausgelassen haben, Break und Continue, sind innerhalb von Schleifen anwendbar. Auch noch in anderen Kontrollstrukturen, aber für uns erst einmal nur innerhalb von Schleifen. Hier sehen Sie eine Schleife und Sie sehen, was passiert, wenn innerhalb des Schleifenrumpfs ein Break steht und wenn der Prozess tatsächlich zu diesem Break kommt und diese Break-Anweisung ausführt, dann wird die Schleife beendet. Das hatte ich ja schon eingangs gesagt. Beendet heißt, es wird direkt gesprungen zu der Anweisung unmittelbar nach der Schleife. Hier ist sinnvollerweise eine Verzweigungsbedingung fortgeschaltet und nur wenn die Verzweigungsbedingung true ist, geht es zu diesem Break. Ansonsten geht es weiter mit weiteren Anweisungen. Das ist eigentlich die einzige Form, in der eine Break-Anweisung sinnvoll ist. Ja, wenn an dieser Stelle, wo die Verzweigungsbedingung steht, wenn da schon die Break-Anweisung stehen würde, dann hieße das beim Beim ersten Durchlauf durch den Schleifenrumpf werden diese Anweisungen ausgeführt und mit Break wird die gesamte Schleife beendet. Das macht keinen Sinn. Dafür brauchen wir keine Schleife. Das Ganze macht nur Sinn, wenn nur unter bestimmten Umständen hier sozusagen der Notausgang, wenn man so will, die Abkürzung zur nächsten Anweisung nach der Schleife genommen wird. Das heißt also, wir kommen auf zwei verschiedene Arten aus dieser Schleife heraus. Entweder konventionell, wie wir es bisher auch gesehen haben, wenn die Fortsetzungsbedingungen nicht nochmal abgetestet wird und false ist, dass wir dann hier zur nächsten Anweisung nach der Schleife kommen oder dass hier die Verzweigungsbedingung true ist, sodass der Prozess in diese Break-Anweisung kommt und dementsprechend auch auf die Anweisung nach der Schleife. Und auch hier wieder die die gesamte Schleife auch mit einem Break kann man wieder auffassen als ein einziger komplex strukturierte Anweisung innerhalb einer linearen Abfolge von Anweisungen. Das Continue, hatte ich ja gesagt, ist ein klein wenig anders. Es wird nicht wie beim Break zu der Anweisung hingesprungen, die nach der Schleife folgt, sondern es wird zurückgesprungen zur Fortsetzungsbedingung. Das heißt also, wenn die Verzweigungsbedingungen true ist, und daher Continue im Prozess ausgeführt wird, dann werden die Anweisungen, die danach noch im Schleifenrumpf kommen, übersprungen. Aber hier wird dann die Schleife mit dem Abtesten der Fortsetzungsbedingungen gegebenenfalls weiterem Durchlauf durch den Schleifenrumpf dann fortgesetzt, eben Continue. Mein Mantra wieder lässt sich alles auch wieder interpretieren als eine einzige komplex strukturierte Anweisung. So, jetzt haben wir noch nicht alle Kontrollstrukturen so richtig systematisch erfasst, alle schon gesehen, aber noch nicht so richtig systematisch erfasst, wie wir sie hier in FOB betrachten werden. Es gibt noch weitere Kontrollstrukturen, die wir hier jetzt nicht betrachten werden. Und eine Frage haben wir noch offen gelassen, die können wir jetzt an dieser Stelle gut beantworten. Geschweifte Klammern um den Schleifenrumpf ja oder nein? Die Antwort ist ganz einfach, geschweifte Klammern gehen immer, kann man immer um den Schleifenrumpf umsetzen. Wenn der Schleifenrumpf aus einer einzelnen Anweisung besteht oder hier der if-teil bzw. der als-teil aus einer einzelnen Anweisung besteht, dann darf das auch ohne geschweifte Klammern dastehen. Dann dürfen wir die geschweiften Klammern weglassen. So, in Bezug auf if und else muss und möchte ich sie hinweisen auf ein grundsätzliches Problem, auf eine grundsätzliche beliebte Fehlerquelle, die unter dem Namen dangling else, also hängendes else, bekannt ist. Sie haben hier die Situation zwei if und nur ein else. Und die Frage ist, zu welchem dieser beiden if gehört das else? Und die Antwort ist, in Java, wie auch denke ich in allen Programmiersprachen, bei denen ich dieses Problem sonst schon so gesehen habe, das else gehört zu dem unmittelbar folgenden if. Das heißt also, nur wenn diese Bedingung true ist, die Bedingung 1 true ist und Bedingung 2 false ist, nur dann wird in den else-teil gesprungen. Würde das else zu dem ersten if gehören, dann würde in den else-teil immer gesprungen, wenn Bedingung 1 false ist. Ja, also eine Fehlinterpretation, zu welchem if das else gehört, führt zu Programmierfehlern. Und das Problem sehen Sie hier, wenn wir aus Versehen das else nicht so weit einrücken, wie es sich eigentlich gehört. Das else müsste so weit eingerückt sein, wie das if nach Konvention, wie das zweite if hier nach Konvention. Kann ja mal passieren, dass das nicht der Fall ist. Jetzt sieht es erstmal auf den ersten Blick so aus, als ob dieses if, als ob dieses else zu dem if da oben, zu dem ersten if gehört. Ist aber nicht der Fall, sondern gehört weiterhin zum zweiten if. Dem Compiler ist das vollkommen egal, wie weit das else eingerückt ist. Der geht stur nach der Logik, dass das else an das nächste if oberhalb von dem else gebunden wird und wird dann halt hier Code einsetzen, der etwas anderes macht, als es so aussieht, wenn wir uns verleiten lassen von dieser falschen Einrückung. Wenn Sie wollen, dass das else zu dem ersten if gehört, dann müssen Sie alles, was zwischen diesem if und dem else gehört, nochmal in geschweifte Klammern setzen. Damit erzwingen Sie, dass dieses if, Entschuldigung, dass dieses else nicht zum zweiten, sondern zum ersten if gehört. So, ich möchte abschließen hier mit einer komplexeren, aber gar nicht so seltenen Struktur. Sowohl der if-Teil als auch der else-Teil hier ist jeweils selbst wieder ein if. Also Sie können sich vorstellen, wenn Bedingungen 1 und 2 true sind, dann wird diese Anweisung 1 ausgeführt. Wenn 1 true aber 2 false ist, dann wird Anweisung 2 ausgeführt. Wenn 1 false aber 3 true ist, wird Anweisung 3 ausgeführt. Und schließlich, wenn 1 false und 3 false ist, dann wird Anweisung 4 ausgeführt. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Mal sehen, dass wir in der nächsten Mal sehen, dass wir in der nächsten Mal sehen, Untertitelung des ZDF, 2020